Hallo, Beauty-Inventur! Ja, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich habe gerade wieder die Arbeit gemacht, habe meine Backups gezählt, weil ich die Backups... Meine Backups, die müssen natürlich auch mitgezählt werden, nicht nur meine Sachen, die ich ja immer so aufliste. Da ist wieder einiges, einiges, einiges dazu gekommen, weil ich habe tatsächlich viele... Ich habe einfach die Kategorien genommen, die ich sonst auch immer in meinen sieben Produkten in sieben Tagen nehme. Und letztes Jahr habe ich einfach aufgeschrieben, so was mir eingefallen ist und davor das Jahr. So, jetzt habe ich tatsächlich diese Kategorien gemacht, habe mir aufgeschrieben, was ich letztes Jahr davon hatte und manche habe ich natürlich noch überhaupt nicht, letztes Jahr überhaupt gar nicht aufgeschrieben gehabt. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte euch jetzt... Also, und durch die Trash-Päckchen ist wirklich bei vielen immer eine richtig krasse Zahl on top gekommen, obwohl ich ja auch immer viel aussortiere, aber so ist das halt. Ich wollte euch jetzt heute zeigen, wie der Unterschied da ist und ich zeige euch jeweils aus dieser Kategorie, was ich besonders toll dieses Jahr fand. Also, es ist auch gleichzeitig ein Favoriten-Video. Habe ich mir gedacht, so ist das gut, oder? Ja. Beginnen wir mit dem Make-up. Da hatte ich 2017, also Ende 2017, hatte ich 24 plus ein Back-up. Fand ich schon viel. Jetzt sind es aber 41 und vier Back-ups. Gut, ich muss dazu sagen, Back-ups sind auch kleine Proben für mich. Die sind dann einfach da drin, ne? Aber ist schon ordentlich, ne? Naja, egal. Achso, und genau. Und dann kommt jetzt natürlich noch meine Liebtes-Foundation, beziehungsweise konnte ich mich hier nicht entscheiden. Ich habe drei genommen. So, drei Foundations, alle im High-End-Bereich. Aber, also das war wirklich... 2018 war das Jahr für mich, für wirklich High-End-Foundations auszuprobieren und ich fand alle gut, die ich ausprobiert habe. Zum einen die Synchro Glow Foundation von Shiseido. Wirklich, die machen sich diese und die ich euch gleich zeige, die machen sich nicht viel. Die sind einfach wirklich wunderschön für trockene Haut. Also einmal diese hier und dann noch die Foundation von Yves Saint Laurent. Das ist die All-in-One, Pouche Eclat All-in-One Foundation. Genau dasselbe hatte ich eine Probe von. Ich war begeistert, durfte her, habe ich super gerne getragen. Und dann, welche ich wirklich, wozu ich immer gegriffen habe, wenn nichts funktioniert hat am Wochenende, zum Beispiel, ich wollte aber gut aussehen, dann habe ich zu der Estee Lauder Double Wear Foundation gegriffen. Da habe ich übrigens den So Ordinary Puppenstößel drauf. Ich habe hier die Farbe Eco. Das ist eine sehr, relativ helle Farbe. Ist nicht glowy. Ist wirklich richtig schön deckend und hält den ganzen Tag. Also da kann ich, da kann ich sagen, kann jeder sagen, was er will. Ist so, jeder hält diese Foundation in die Kamera und ist begeistert. Also ich auch. Ich kann mich auch nicht freisprechen. Weiter geht es mit Rouge. Rouge hatte ich letztes Jahr 68 plus zwei Backups. Ja, da habe ich dieses Jahr 89 und fünf Backups. Wie kann das? Rouge habe ich dann. Bei Rouge habe ich auch zwei Produkte für euch, die ich euch zeigen möchte, die ich ganz besonders toll dieses, also letztes Jahr fand. Aber bei manchen habe ich zum Beispiel gar nichts, gar nichts fast eigentlich so gefunden. Da habe ich halt zur Not irgendwas gegriffen. Ja, aber in manchen Fällen sind halt zwei oder drei, wie gesagt. Und da habe ich einmal das Benefit Gold Rush. Das trage ich auch heute auf den Wangen. Ich finde das einfach wirklich wunderschön. Ich habe immer wieder zu anderen wirklich immer unterschiedlich gegriffen. Aber dieser hier, wenn ich da mal nicht wusste, habe ich immer das hier gegriffen. Fand ich super. Genauso wie Luminoso von Milani ist ja genauso ein schönes Teil. Muss man auch nichts mehr zu sagen. Die Leute lieben es auch. Paletten. Das ist ein krasser Unterschied. Und das Witzige ist, ich habe auch noch gestern die klattert. Ich glaube, ich habe 14 Stück nochmal aussortiert und so. Die kämen eigentlich noch an Top, aber die sind jetzt weg. Da hatte ich letztes Jahr 57 niedlich. Und jetzt habe ich 87. 30 mehr, obwohl ich, genau. Und davor habe ich auch noch, ich habe kleine und große aussortiert. Ich glaube, ich bin so bei 30 Stück habe ich aussortiert. Also, ja. Achso, und dann genau. Und das ist nämlich mein Problem zum Beispiel. Paletten, da kann ich euch gar nicht so sagen, welche meine Lieblingspalette letztes Jahr war. Allerdings kann ich euch sagen, welche eine überraschende Palette für mich war. Und zwar, die mich so richtig überrascht hat, war nämlich von Makeup Revolution die Kiso Palette. Weil erst als ich die bekommen habe, das war in einem Trash-Päckchen, habe ich die gekriegt, schaut so aus. Und ich habe sie gesehen und dachte mir so, ja, schön, ne, nett. Das ist diese hier. So, aber als ich damit einen Look geschminkt habe, habe ich wirklich, ich war richtig verliebt in den Look. Und das hier ist dann halt so eine Palette, die mich letztes Jahr richtig überrascht hat. Und deswegen ist sie in meinen Favoriten drin. Mono-Lead-Schatten, da hatte ich letztes Jahr 49 und habe jetzt, obwohl ich die klattert habe, ich glaube 32 habe ich aussortiert, habe ich 83 plus ein Backup. Ja. Und dann zeige ich euch meinen Lieblings-Lead-Schatten, wo ist er denn? Den habe ich wirklich letztes Jahr rauf und runter immer wieder in die Crease oder was auch immer getan, ja. Und zwar ist das von Makeup Factory, ist das die Farbe 16 und ich wundere mich, dass hier noch kein Hitzepen ist, weil der wirklich sehr, sehr häufig bei mir drankommt. Das ist so ein Jamina 1404, ich weiß mittlerweile, ich habe ihn heute Morgen, habe ich sie noch geguckt, deswegen weiß ich den Namen, hat sie für die Poo Crease, hat sie gesagt, ne, und der ist wirklich sehr schön. Und, ähm, ja, durfte letztes Jahr sehr oft dran. Creme-Lead-Schatten, da ist Gott sei Dank mal ein bisschen was weniger geworden. Ich habe durch die Projekte, die ich hatte, diese sieben Produkte oder was auch immer, habe ich Creme-Lead-Schatten öfters ausprobiert, also gehabt da drin und habe dann halt immer wieder für mich rausgefunden, weg damit. Ich habe aber trotzdem noch 23. Nein, hatte ich letztes Jahr, Entschuldigung. Ich hatte letztes Jahr 23 und habe trotzdem noch 18. Ich weiß nicht, wo die sind, aber 18 Stück angeblich. Okay. Äh, da habe ich, ähm, dann auch was für euch. Creme-Lead-Schatten, wo haben wir ihn denn? Ja, da ist nämlich zum Beispiel so ein Fall, weil, wie gesagt, ich bin nicht so der Creme-Lead-Schatten-Fan. Da habe ich jetzt einfach einen rausgesucht, den ich wirklich sehr schön fand letztes Jahr. Und zwar ist das von MAC Laying Low. Low. Ja, das ist dieser hier. Der, man muss, das ist schon am Rand, so ein bisschen hat er sich verabschiedet. Allerdings, ähm, der ist auch super weich. Das ist diese Farbe hier. Auch richtig schön, finde ich. Ja, mag ich. Weiter geht's im Text. Da haben wir dann jetzt, äh, Lidschatten-Stifte. Ja, da ist ein bisschen was dazugekommen. Wegen Crash und so, ne? Da hatte ich letztes Jahr 32 Stück plus 4 Backups und habe jetzt 42 und 5 Backups. Ja, hm. Und, ähm, ich habe nämlich das hier in so einer Colourpop-Karton drin, die ganzen Sachen. Ähm, da habe ich dann hier meine Lieblingsfarbe davon. Und zwar ist das, äh, den habe ich nämlich total gerne als Eyeliner getragen oder als Kajalstift. Und zwar ist es die Farbe 44. Ich glaube, den habe ich auch noch als Backup irgendwo in meiner Schublade, ne? Weil 5 Stück habe ich ja. Ja, das ist halt diese Kiko Long Laughing Eichel-Stifte und das ist dieser hier. Den habe ich so gerne verwendet. Auch schwarz von diesen hier, ähm, für zum Beispiel auch Wasserlinien und so. Die sind einfach wirklich genial. Ist so. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, dann Kontur. Genau, da habe ich letztes Jahr allerdings Kontur und Bronzer hatte ich zusammen. Da hatte ich zusammen 22 plus 1. So. Und jetzt habe ich halt Kontur und Bronzer geteilt. Und, aber ich kann euch sagen, dass es insgesamt 29 Produkte plus 1 sind. Aber da habe ich halt für die Kontur 15. So. Kontur. Wo habe ich denn mein Konturprodukt? Ähm. Genau. Was mich nämlich so richtig begeistert hat dieses Jahr. Oder eigentlich überrascht. Das ist noch nicht mal das Beste, was ich habe. Aber das hat mich richtig überrascht. Und zwar ist es von Rival de Loup den, äh, Chocolate Bronzing Powder. Äh, das hat so eine schöne, so einen Rotstich drin, dass es für mich perfekt zum Konturieren geeignet ist. Und, äh, das hatte ich halt auch in irgendein 7 Produkte, 7 Tage drin. Und ich war total angetan. Das war wirklich richtig schön. Guckt mal, das ist dieser Ton hier. Ähm. Ähm, der eignet sich für mich sehr gut zum Konturieren. Und der riecht halt nach Schokolade, ne? Dann den Bronzer. Da habe ich wie gesagt dann 14 plus 1 Backup. Weil das Backup ist nämlich auch ein Physikans Formula Bronzer. Und die Physikans Formula Bronzer, die sind einfach die Bronzer halt gewesen letztes Jahr für mich. Und, äh, das ist dieser hier zum Beispiel. Das ist die dunklere Variante. Boah, die sind so ultra weich. Und, ähm, das ist dieser hier am Rand. Und kann ich nur empfehlen. Aber ich glaube, ganz YouTube war 2018 voll von Physikans Formula Bronzer, glaube ich. So, weiter geht's. Highlighter hatte ich. Genau, die habe ich übrigens auch, ähm, ich habe letztes Jahr einfach Highlighter gemacht. Aber mittlerweile habe ich die in Creme und Flüssig. Und Puder-Highlighter aufgeteilt. Ähm, ja, auf jeden Fall komplette Highlighter hatte ich letztes Jahr 54. Da habe ich jetzt Flüssig-Highlighter. Allerdings 25 plus 2 Backups. So. Und mein Lieblings-Flüssig-Highlighter war in dem Fall halt mein Wecker Opel. Ähm, ja, kennt man. Da muss ich euch jetzt nicht swatchen. Die sind einfach wirklich astral in die Teile. Ähm, Concealer. Da hatte ich letztes Jahr 9 und habe mich jetzt verdoppelt. Über sogar. Ich habe 18 plus ein Backup. Aber trotz allem ist mein Lieblings-Ähm, Concealer immer noch der Löscher von Mabel. Der macht einfach wirklich ein richtig schönes für trockene Haut. Ein schönes Finnisch unterm Auge. Mag ich sehr. Ist so. Ne? Also wer alle meine Videos um uns immer guckt, weiß das warum und weshalb. Ähm, Mascara hatte ich letztes Jahr 13 Stück. Da habe ich jetzt 20 plus 4 Backups. Ja, schön, ne? Ähm, so. Und da habe ich, meine zwei überraschendsten waren dieses Jahr die Superhero Mascara von It Cosmetics. Richtig coole Mascara. Und welche ich auch wirklich richtig gut fand, war von Benefit die Bad, wie heißt die? Bad Girl Bang Mascara. Was ist das hier nochmal? Ich habe nämlich jetzt auch, ähm, von der lieben, äh, da linker, habe ich jetzt hier so eine Probe zugeschickt gekriegt. Das war jetzt mal ein anderer. Wirklich sehr coole Mascara. Allerdings denke ich, gehen die bald leer und dann habe ich schon wieder weniger. Ne? Weil im Moment versuche ich halt sehr viele Mascara aufzubrauchen, weil ich so viele habe. Aber viele sind auch schon fast, ähm, ne? Kann man abdanken. So, Brow. Na, also für die Augenbrauen war auch ordentlich, ne? Letztes Jahr hatte ich 13 Stück plus 7 Backups. Da fand ich schon viel mit 7 Backups. Äh, jetzt mittlerweile habe ich aber 27 Produkte, also Augenbrauenprodukte plus 11 Backups. Ja. Und mein Lieblings Augenbrauenprodukt dieses Jahr, ne? Obwohl ich auch wirklich andere, ganz, ganz tolle Sachen ausprobiert habe. Aber die häufigste Sache war nun mal die Anastasia Dip Brow Pomade. Ist nun mal so. Ähm, allerdings bin ich echt froh, wenn die bald leer ist. Nicht, weil die nicht schlecht, äh, weil die irgendein Gub, weil die schlecht ist. Sondern einfach, ich bin satt. Ne, so einen halbleeren oder fast leeren Tiegel mit, äh, hier rumzuschleppen. Schleppen. Steht ja hier nur rum. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man ist einfach vorhin sowas, wenn, wenn die so leer ist. Schaut mal. Wenn die wirklich so leer ist, hat man da keinen Bock mehr rumzunudeln. Ist so. Ja, aber ist bald auch leer, denke ich. Ist auch in meinem, ähm, neuen Project Pandan. Ja, aber das war halt so mein Produkt, was ich dieses Jahr am häufigsten verwendet habe. Ähm, Eyeliner. Da hatte ich letztes Jahr 10. Und da bin ich krass überrascht, weil, ähm, durch die ganzen Trash-Päckchen, da kamen wirklich immer viele Eyeliner mit. Habe ich aber trotzdem nur 14. Also ich habe wirklich gedacht, ich hätte locker das Doppelte. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber zwei Backups auch noch on top. So, meine zwei, ähm, liebsten, ähm, Eyeliner, das sage ich euch ständig, das sind die High Precision Liquid Liner von Art Deco. Wer kein Lidstrich ziehen kann, wird es damit lernen. Ich gebe euch Brief und Siegel. Ich habe hier die Nummer 1 und die Nummer 3, schwarz und braun. Und es gibt die 2, die ist, glaube ich, noch ein, ähm, so ein Anthraxidfarbenen. Ja, kann ich euch nur empfehlen als Eyeliner. Ja. Ähm, 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 Pigmente waren es letztes Jahr 22 und dieses Jahr sind es 34. Mein Lieblings-Pigment ist wie immer mein MAC Blue Brown. Ich kann euch das mal swatchen. Das ist, wenn ihr das seht, dann wisst ihr ganz genau, warum ich das so schön finde. Allerdings muss ich auch dazu sagen, gibt es mittlerweile in vielen Paletten Töne, die ähnlich sind. Aber ganz am Anfang war das natürlich die Farbe, die MAC da rausgebracht hat. Ja, richtig toll. Und irgendwie denke ich, glaube ich, auch, es geht trotzdem nichts über das Original. Habe ich manchmal so im Gefühl, wenn er versteht, ne. Das ist halt einfach dann auch so. Äh, Kajalstifte. Ähm, da hatte ich letztes Jahr 25 plus 2 Backups. Die Backups habe ich gerade aussortiert. Die sind noch komplett neu. Die werde ich mal verlosen. Ähm, weil ich benutze kaum Kajalstifte. Aber habe trotzdem, ähm, mal eben 39. Ich habe, anstatt 25 plus 2, habe ich 39 dieses Jahr. Das ist schon ordentlich. Und ich habe, habe ich überhaupt einen Kajal hier reingetan? Nö. Weil ich, genau, das wollte ich sagen. Weil ich habe halt, huapala, meine Fresse. Bleibt hier. Bleibt hier. Ähm. Ähm, ich habe halt einfach letztes Jahr einen aufgebraucht von, ähm, Art Dek. Ne, Quatsch, von, ähm, Irgendwann A. Avon habe ich aufgebraucht. Und der war halt derjenige, der am meisten benutzt worden ist. Jetzt einfach irgendeinen in die Kamera zu halten, fände ich auch voll uncool. Aber den habe ich halt immer verwendet. So, Lip Pencils. Da hatte ich letztes Jahr 17 Stück plus 2 Backups. Und da habe ich dieses Jahr 34. Null Backups. So. Reicht ja auch, ne. Und da habe ich, ähm, Femme Fatal von Essence, ähm, stellvertretend dafür, ein richtig tolles Rot. Das, wenn ich überhaupt Lip Liner, da habe ich gerne dazu gegriffen, ist immer wieder die Essence Lip Liner, finde ich persönlich, wirklich gut. Ähm, für den Preis mega, ne. Ja, das war's. Ähm, Gloss. Also Lip Gloss. Ja, da hatte ich letztes Jahr 23. Das ist, ich glaube, das einzige, wo ich mich, äh, verbessert habe. Da habe ich mittlerweile 14. Ja. Und denjenigen, den ich am liebsten verwendet habe, das ist der von NYX, äh, der Smoky Look. Der ist auch, glaube ich, schon 4 Jahre alt. Aber vom Geruch her und so, ähm, scheint der noch echt okay zu sein. So, und das ist wirklich so ein richtig schöner, ähm, ja, sowas mag ich an Glossen. Sowas. Sowas. Ne? Ja. Fände ich gut. Aber ich glaube, die sind auch sehr, ja, ich glaube, die, ähm, Lip Glosser von NYX sind auch, glaube ich, sehr beliebt. Liquid Lipstick, da hatte ich letztes Jahr 35 Stück plus ein Backup. Da habe ich jetzt zwei Backups, habe ich also verdoppelt. Und 49 Stück so. Ja. Und da habe ich zwei Stück für euch, die ich euch zeigen möchte. Und zwar einmal zum ersten wirklich, äh, für ein angenehmes Tragegefühl, habe ich die 24 Stunden Super Stay Colors hier. Da habe ich ganz schön viele mittlerweile von. Das hier ist stellvertretend, die Farbe 560. Ist auch so ein Rot, wie ich gerade auf den Lippen trage. Weil das ist ja so mein Rot, ne? Sowas trage ich gerne auf Partys, wenn dann wirklich mal auch zum Beispiel Silvester, ne, hatte ich jetzt nicht drauf. Ne, hatte ich nicht drauf. Aber zum Beispiel, ja, Silvester und am, ähm, um 24 Uhr beziehungsweise 0 Uhr wird rumgeputzt, ja, rumgeputzt. Hier, da ein Kuss, da ein Kuss. Und wenn man rote Lippen trotzdem drauf haben möchte, dann muss man sowas hier tragen, weil da hat wirklich, da färbt nichts ab. Und Komfort ist auch gut. Also ich mag den, bleib wirklich den ganzen Tag. Wenn ich mich nicht abschmink, habe ich den sogar noch drei Tage später drauf. Übertrieben gesagt, ne? Aber sonst so Liquid Lipstick mag ich auch total gerne. Arriba von Colourpop. Den habe ich letztens nochmal in einem Video drauf getan. Das ist wirklich das Rot. Das Rot, Leute, ne? Und ja, Colourpop kriegt man ja nicht in Deutschland, aber die liefern ja nach Deutschland. Klar, ist natürlich mit dem Zoll immer so eine Sache. Ich traue mich, no risk, no fun, ne? So, dann haben wir, ähm, Fixier Sprays. Da habe ich mich ordentlich. Da habe ich mich mehr als verdoppelt, Leute, ja? Also da hatte ich nämlich letztes Jahr nur zwölf, voll süß, zwölf plus vier Backups. Und jetzt habe ich mittlerweile sieben Backups, ja? Und 29 Sprays. Da habe ich zum einen, also meine zwei liebsten habe ich euch dann halt mal rausgesucht. Und zwar einmal ist es das Glow Setter von, also Glow, Glam Glow. Von Glam Glow, das Glow Setter. Das wirklich, das ist der perfekteste Sprühnebel in Perfektion dieser Welt. Ja, und, ähm, Geruch her ist wirklich sehr zuckrig, finde ich. Gibt den ultimativen Glow fürs Gesicht, finde ich super. So, welches allerdings auch super ist, was allerdings kein Glow macht, sondern wirklich so einen Weichzeichner-Effekt gibt. Äh, und ich das super finde. Ist einfach Mac Fix Plus. Und viele sagen immer so, ja, die anderen, die, äh, machen nicht mehr als, oder beziehungsweise Fix Plus macht nicht mehr als die anderen. Doch, und doch, ich finde schon, also für meine Haut, für meine trockene Haut, wenn ich meine ganze Prozedur auf dem Gesicht habe und das am Schluss drüber gebe, ich habe immer, wenn ich dann halt nach ein paar Stunden im Spiegel gucke, denke ich immer, boah, ist mein Hautbild noch super. Und das hat wirklich, das schafft kein anderes. Deswegen Mac Fix Plus. So, ähm, Puder. Das war so eine Kategorie, die habe ich letztes Jahr überhaupt nicht gezählt. Gar nicht, ich hatte zwar Puder, natürlich hatte ich Puder, aber ich habe die nicht gezählt. Keine Ahnung warum. So, und da habe ich jetzt mal direkt 23 Stück plus vier Bäcker. Ja, ja, und da habe ich, ähm, natürlich das Hourglass. Stellvertretend meine ganzen Hourglass Puder mittlerweile. Ich liebe sie einfach. Ähm, diese Hourglass Produkte machen einfach den schönsten Tör bei trockener Haut, wenn man nicht mit Toten matt aussehen möchte. Ich persönlich mag es überhaupt nicht matt. Mögen vielleicht wirklich sehr viele. Habe ich auch letztens noch einen Kommentar unter meinem Video gehabt, dass jemand mich gerne, äh, dass sie findet, dass ich zu, ähm, dass ich mich abmattieren sollte. Ich mag es gar nicht, wirklich Leute, überhaupt nicht. Also egal, wie viele Leute mir sagen, es sähe besser aus, ist mir scheißegal, ich will's nicht, ich möchte einfach nicht matt sein. Weil so vor der Kamera geht das vielleicht noch, auch wenn er mich in der Natur sieht. Und mein ganzes Kinn ist einfach nur so eine Mondlandschaft, weil überall so die Bröppel sind, weil ich mich abgepudert habe. Aber never, never, hier oben in den Falten, ja, sammelt sich das Ganze, die ganzen Puderprodukte rein. Also nein, jeder wie er will, wenn ich jetzt glänzen würde wie eine Speckschwachte, tue ich vielleicht ein bisschen heute. Aber, ähm, ich habe mich abgepudert. Aber so, ähm, das ist einfach jeder so wie er will, oder? Ja, ja, ähm, so, auf jeden Fall richtig geiles Puder, ist so, ich liebe es einfach, ähm, gibt nichts Besseres, gibt nichts Besseres zur trockene Haut. So, jetzt können wir umdrehen, das Plättchen. So, da haben wir noch ein paar Kategorien, ich glaube fünf, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, vier, sechs. Gesichtspaletten, hatte ich letztes Jahr auch keine Kategorie gemacht. Welche Gesichtspalette mich echt überzeugt hat dieses Jahr, ist die von Freedom. Was kostet die? Zwei, drei Euro ist der Hammer. Und zwar ist das wirklich, äh, ist so ein Gesichtspalettchen mit drei verschiedenen Farben drin und das kann man auch wirklich sehr schön zum Abpudern nehmen. Ähm, hat, also es hat eine richtig tolle Wirkung, mochte ich sehr dieses Jahr. Primer, äh, achso, übrigens Gesichtspaletten, wie gesagt, hatte ich keine und jetzt habe ich 15. Dann habe ich eben irgendwas noch anderes vergessen. Puder, ne, hatte ich gesagt. Ähm, Primer. Da hatte ich auch letztes Jahr keine Kategorie für immer gemacht, ich weiß nicht warum, aber jetzt habe ich 33 Stück plus fünf Backups. Und mein Lieblingsprimer ist immer noch, ähm, der Estee Lauder Idealist. Der macht einfach wirklich, verfeinert euch die Poren, ist super leicht, lässt einen kleinen Glow hinterlässt er, wirklich Feuchtigkeit. Versorgt den ganzen Tag über mega teuer. Einziger Nachteil, ne? Ja, okay, das ist es aber. Dann habe ich, ähm, Highlighter Puder, ne, habe ich ja eben schon gesagt. 54 Stück hatte ich komplett, ne, mit auch flüssigen. Aber da habe ich jetzt alleine 55 nur Puder-Highlighter. So, und da habe ich, äh, zwei, um, zieh, ich tue jetzt zu dem Karton mal weg. Da habe ich tatsächlich, äh, zwei Becker-Highlighter. Ist so. Einmal Girl Glow Berlin, trage ich auch heute. Und einmal Becker Opel. Das sind die besten Highlighter für mich. Ähm, ja, freue ich mich, dass ich die auch noch immer habe. Ähm, dann haben wir, ähm, Parfüms. Letztes Jahr 28 Stück gehabt plus, haltet euch fest, 12 Backups. Äh, da habe ich dieses Jahr, haltet euch fest, aber auch viele durch diese Piolen, ne, von Unique-U, die zähle ich halt auch als kompletter Duft. Ne, ist dann halt ja auch so. Ähm, also Parfümproben, das natürlich nicht. Äh, da habe ich mittlerweile, anstatt 28, habe ich 44 und 14 Backups. Naja. Und da habe ich zwei Parfums, also meine zwei Lieblingsparfums für euch, ähm, also zwei, also ich habe wirklich viele, viele mehr, die Lieblingsparfums sind, ne. Aber ich habe jetzt mich für zwei entschieden, ähm, zum Beispiel das Jimmy Choo, ich liebe das halt immer noch, ne. Aber zwei Stück wollte ich euch zeigen, da habe ich einmal Dior Addict. Habe ich auch dieses Jahr leer gemacht und auch, äh, die Tage nochmal leer gemacht als türkische Variante. Schwer, sexy, verführerisch. Ah, ich liebe es einfach. Ist so. Und dann habe ich hier meinen Lieblingssommarduft noch. Äh, das ist das Chloé Love. Das ist, mein Freund, der sagt immer, du riechst total nach Sommer, wenn du das drauf hast. Und das ist wirklich so, ich finde es auch super. Ja, ähm, Body Spray. Ja, da habe ich letztes Jahr 19 gehabt, habe dieses Jahr nur noch 13. Ich habe ein paar aussortiert, ich habe ein paar aufgebraucht, bin glücklich darüber. Und welche ich besonders gerne mag, sind zum Beispiel die von Bath & Body Works, habe ich jetzt hinten. Ähm, aber wenn es ein bisschen pflegender sein soll, nehme ich total gerne diese Ölsprays von Avon Skin to Soft. Da habe ich noch zwei Stück. Das hier ist dieses mit Lavendel. Hatte ich letztens auch im, ähm, wie nennt man das, sieben Produkte in sieben Tagen. Ähm, ich mag sowas einfach. Zack, zack, zack. Einfach draufsprühen und schon seid ihr gepflegt. Mag ich. So, die letzte Kategorie ist Lippenstifte. Da hatte ich letztes Jahr 118 plus zwei Backups. Ja, viel verbessert habe ich mich da auch nicht. Äh, ich habe jetzt mittlerweile 106 und 7 Backups. Ja. Ähm, mein Lieblingslippenstift, also die Lieblingslippenstifte sind zum Beispiel. Meine Lieblingslippenstifte sind zum einen Colourpop Lippie Sticks. Die halten wirklich richtig schön lange, fühlen sich toll an auf den Lippen. Stellvertretend habe ich hier zum Beispiel Trust Me. Das sind so, ähm, ja, die dreht man raus, dann hat man hier so eine richtig tolle Form zum Auftragen. Mag ich sehr gerne. Die halten wirklich, ich sag mal, 6 Stunden locker mit Essen und Trinken. Und das sollte auch ein Lippenstift für mich tun. Alle anderen, wahrscheinlich fallen, demnächst habe ich wahrscheinlich schon noch 50 Lippenstifte nur, vor allen Dingen. Ähm, weil alles raussortiert worden ist, war nur noch das, was so lange hält, ist für mich dann gut. Genauso wie die Astol, wie heißen die? Perfect Stay Fabulous Reihe. Auch mega geil. Trag ich heute das Rot. Ähm, ist nämlich genau dasselbe. Ist matt, hält lange. Mehr will ich gar nicht. Ähm, ja, habe ich euch gerade gesagt, wie viele das sagen. Na ja. Ja, und das war meine Beauty-Inventur. Läuft, würde ich sagen. Ich habe mich definitiv, ähm, verdoppelt. Ähm, nein, nicht verdoppelt. Ja, doch, in manchen Sachen fast, auf jeden Fall. Naja. Okay, äh, lassen wir das, äh, schnell weg damit. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war nicht ganz so langweilig, weil ich finde so Zahlen immer so ein bisschen öde. Aber ich dachte, wenn ich euch von jeder Kategorie meinen Liebling zeige, läuft das, ne? Und wird wahrscheinlich ein bisschen später rauskommen jetzt, aber das macht doch nichts, ne? Ihr habt seid jetzt sowieso total, habt auch vollen Input mit Jahresfavoriten-Videos. Habe ich mich selber schon geguckt, nicht selber geguckt, aber gesehen beim Scrollen. Äh, ja. Okay, meine Lieben. Äh, bis dann. Ciao.